Sicher, Spinnennetze. Tja, Mika, ich hab gewonnen. Weg dich her. Ah, weg dich doch! 2-1. Erklärung, schießt alle Knöpfe, um zu gewinnen. Warte, warte. Okay, achso, beide müssen ja bereit drücken. Im Bogen bin ich gut. Fick dich doch. Deiner Mauer ist im Bogen gut. Alter! Ja, ich bin weiter. Fick dich! Loll, ich treff gar nicht, aber die Tür öffnet sich trotzdem. Du leid, Kumpel, aber wieso werde ich jetzt nicht weitergeportet? Achso. Loll. Loll. Ich hab gewonnen. Nein, ich hab nur noch einen einzigen Fall... 3-1! 3-1! Ich hab nur noch ein einziger Fall gefehlt. Fick dich. 3-1, Junge. Läu, Läu, wo bist du? Ach, du musst doch den Knopf drücken, du Mongo. Bei mir geht das irgendwie nicht. Erklärung, versuche mit dem... Knotress Lenny, bei mir geht das irgendwie nicht. Knopf zum Sieg, hast du den auch gedrückt? Ja. Bei mir geht das nicht. Boa, Junge, dann mach einfach TP. Okay. Erklärung, versuche mit der Angel Druckplatten zu betätigen. Läu. Leute, ich hab aus Versehen. Warte, nichts machen. Okay. Are you ready? Ach, Druckklache. Tu Rumble. Läu. Fick dich hart, Lenny. Du Mist geworden. Alter, das ist immer kompliziert. Hä? Wie geht das? Du musst auf die Truppe drücken. Läu. Komm da nicht rauf. Hä, was ist denn hier? Ah, Quill ist. Ein... Läu. Mika, ein mal, zwei mal, drei. Fick dich. Ist gleich. Läu, Mika, du musst einmal, zwei mal, drei rechnen. Ich rate einfach. Läu, du bist schon weiter. Fick dich. 4-1, würde ich sagen. Und eigentlich ist das Match dafür... Läu, fick ich es doch. Und eigentlich ist das Match dafür schon entschieden. Aber ein normales Jump'n'Run. Aber das ist lustig. Versuch durch den... Komm, das macht Spaß. Fick dich dann aber auch Spaß. Die reitet, Junge. Wenn man auf der rumjumpt. Äh, verstehst du den? Ne, weißt du, ich bin voll Humor los. So siehst du auch aus. Ey, Jump'n'Run schaff ich. Jump'n'Run schaff ich. Ja, Lenny. Ja? Nein, fuck. Seh ich. Schon runtergefallen? Scheiße, ich Idiot. Ich musste nochmal von vorne anfangen. Ja. Weil du auf das Teil raufgesprungen bist, du Behind'n. Meine Mama ist Behind'n, Junge. Wenn ich auf die reite, bin ich hier richtig durch. Ich bin da raufgesprungen. Du bist auch raufgesprungen? Nein. Ich bin auf einem Block da drunter gespalten und bin weit runtergelaufen. Das sieht so aus. Nein. Egal. Easy Preasy, sagst du? Kein Ding für den King und so. Ah, ja. Bam. 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 Welcher King wäre bitte schön, meinst du wohl mich, oder wie? Und dich? Nein, am Arsch! Das ist immer schwer, diesen hässlichen Mungo-Knopf zu betätigen und dann auch noch. Fick dich in deinem Arm, was noch? Jetzt fängt mein kleiner Finger schon wieder an zu schmerzen. Zu tief reingesteckt, oder wie? Scheiße, war der Gut. Du Arsch. Nein, am Arsch, dieser heißt im Mungo-Loi. Ey, drück mal auf dieses hässliche Teil, auf diesen blauen Dingster. Komm, was dann kommt. Drück mal da rauf, Mika. Wenn du runtergefallen bist, auf dieses Teil, wo dann, äh, was über dem Knopf ist. Scheiße. Drück dich mal rauf. Äh, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. No, I will be stronger. No, I will be stronger. No, I will be stronger. Nein! Oh, komm schon! Jetzt kommt er wieder. Okay, ich bin wieder da. Der kleine Fotzenstecker ist wieder da. Äh, Alter, hast du auch gestoppt, hast du es schon geschafft? Nö, ich bin hier auch noch die ganze Zeit runtergefallen. Achso. Wollte mich verarschen. Der Knopf ist ja überall sozia. Ja, aber ich habe es geschafft beim ersten Mal. Was? Nein, da wo der Knopf rauskommt. Ja, boah. Fick dich, Knopf. Fick deine Mutter. Scheiße. LOL. Grad mega leck. LOL. Bam. Boah, komm schon. Alter. Das Jump'n'Run. Ich hast du da mit Mo, Jum'Run. Jump'n'Run ist wo, Mo. Wer ist Mo? Jump'n'Run ist Mo. Vor allem die hier, Alter, die ist über Mo. Fünf Runden haben wir schon gespielt und es gibt noch drei. Wie heißt das mit der... Ja, ich habe den mit dem Stein geschafft. Boah, den habe ich auch gespielt. Ja, den habe ich auch gespielt. Nein, ich bin runter. Das meinte ich doch. Danach den Stein habe ich nicht gespielt. Oh, scheiße. Ich ahne ich. Ich glaube, man muss das durchmachen. So direkt dann. Ne, ne, da hat man ja so einen kleinen Safe, sage ich mal. Deine Mama ist safe. Mhm. Zum Glück, Alter. Guck mal, was bei dir rausgekommen ist, Alter, als sie die Tablette vergessen hat. Wunderschönes Kind. Ja. Was bei dir leider nicht fall... Was bei deiner Mutter... Mit Sprachfehler, Alter, bist du... Fick dich, Jörg. Oh, scheiße. Deine Mama ist ein Kind mit Sprachfehler. Oh, scheiße. Lol. Nooo. Nooo. Ich muss gerade dran denken. Mein kleiner Finger, der tut weh. Du bist so ein Lappen, Lenny. Was denn? Warum bin ich jetzt ein Lappen? Oh, du musst auch immer den Bändischalter. Okay, hör auf. Ey, jetzt lach mal Jeans killen. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich den jetzt... Ich werde es richtig eindringen. Jetzt liegt es mir einfach am Blut. Das ist jetzt schaffe. Deine Mama legt dir im Blut. Nein, ich vergesse noch Schiff zu drücken. Aber jetzt schaffe ich es. Oh, Respekt, Mika. Respekt. Alter, meine Fresse. Du hast dir die Fresse. Oh, was sagst du zu mir? Fick dich doch. Mein kleiner Finger schmerzt du übelst, Alter. Die ganze Zeit Schiff drücken. Oder die andere Aktivität. Die schiff Click sur Sebastian. Die schiffgrange? Nicht auf.